Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das Always On Display von eurem Android Smartphone aktiviert. Viel Spaß mit dem Video, let's go! Dazu ziehen wir als erstes von oben die Leiste runter, gehen dann oben rechts auf die Einstellung, scrollen dann in den Einstellungen ein Stück runter bis zu dem Menüpunkt Sperrbildschirm. Wenn ihr im Bereich Sperrbildschirm seid, klicken wir in der Mitte an Always On Display. Wir setzen da als erstes einen Haken rein, dass das überhaupt aktiviert ist. Dann klicken wir einmal lange auf die Schaltfläche, dann öffnet sich das Untermenü. Hier können wir das Always On Display nochmal individuell konfigurieren. Wir können dann zum Beispiel einstellen, wann das aktiviert werden soll. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Finger das Display berühren, dass es dann aktiv wird. Dann setzen wir oben den Haken rein oder mir sagen, das soll immer angezeigt werden. Oder so wie ich es eingestellt habe, dass es geplant angezeigt werden soll. Bei mir ist es jetzt so eingestellt, dass zwischen 6 und 22 Uhr das Display komplett aus ist. Das könnt ihr dann je nach Geschmack individuell einstellen. Oder ihr könnt hier auch aktivieren, wenn ihr eine Benachrichtigung bekommt. Dann gehen wir nochmal ein Stück tiefer. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel noch Musikinformationen anzeigen lassen, wenn ihr irgendwie einen Player im Hintergrund laufen habt. Wenn ihr sehen wollt, was für ein Lied aktuell läuft. Ihr könnt hier dann noch einstellen, ob das in Hoch- oder Querformat angezeigt werden soll, das Always On Display. Und ihr könnt hier die Helligkeit auf Automatik stellen, so wie es ich habe. Dann wird es eben den aktuellen Lichtverhältnissen angepasst. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.